Wie heißen Sie? Cairo, sweet. Ich bin Mr. Miller. Ich nehme an, Sie haben diese Liste bereits bekommen. Ich hab sie schon alle gelesen. Aber da stehen zwölf Bücher auf der Liste. Ich hab's drauf. Was ist das, Erwachsensein? Ich bin 18. Und sitze fest in der Einöde von Tennessee. Haben Sie keine Angst, allein durch den Wald zu laufen? Ich bin das Gefährlichste da drin. Ich möchte, dass Sie eine Kurzgeschichte schreiben. Im Stil Ihres Lieblingsautoren. Sie bieten mir eine Sonderbehandlung an, Mr. Miller? Ja. Sie ist Johns Sprungbrett in die Transzendenz. Ist sie hübsch? Sie ist talentiert. Verdammt, noch schlimm. Wo überschreibst du? Ich bin uninspiriert. Ich hab noch nichts verbracht. Bring ihn dazu, dich zu lieben. Sie öffnete ihren Mund, um etwas zu sagen. Doch ihre Lippen gaben die Wörter nicht frei. Warum haben Sie das geschrieben? Das ist unangemessen. Ich sollte über das schreiben, was ich kenne. Schreiben Sie das neu, sonst fallen Sie durch. Wir werden ja sehen. Es ist, als hätte er bisher in einer grauen Welt gelebt. Und du bist das Erste, das er in Farbe sieht. Du bist der Erwachsene hier. Übernimm Verantwortung. Du bist meine Schülerin und ich dein Lehrer. Das ist alles. Wenn sie sie überzeugen kann, dass zwischen uns was lief, könnte ich meinen Job verlieren. Du kannst noch viel mehr verlieren. Du wirst dein Leben zerstören. In ihren eigenen Worten, wie fing es an? Okay. Du wirst dein Leben drauf. Bis nach.